okay leute also ich mache jetzt die verlosung also ihr müsst ich habe bis dienstag zeit diese verlosung also entscheide ich jetzt einfach mal so habt ihr zeit diese verlosung zu gewinnen wenn ihr sie gewinnen wollt befolgt die folgenden punkte also erstens ein abonnent meines kanal sein zweitens ein daumen nach oben da lassen drittens teil viertens ein nettes kommentar schreiben und mir per instagram oder etwas sagen wo ich es hinschicken muss und ja eigentlich schon die meiste bedingung es gibt zu gewinnen ein kleines schlüsselanhänger also in etwa so groß wie mein gesicht nein nicht so ja und was gibt es zu gewinnen und ein kleines hefter wo du so reinkriegst dann kam es von ein nagellack und ein autogramm von mir es gibt für den ersten platz gibt es die ganzen sachen hier jetzt zusammen für den zweiten platz gibt es ja gibt es halt den nagellack ein lombard und ein autogramm von mir oh mein gott und für den dritten platz ein autogramm und den nagellack und ein lombard und genauso wie für den zweiten platz und für den vierten platz ein autogramm und ein lombard von mir ich hoffe es gefällt euch sehr und ja ich mache jetzt ein bisschen verlosungsspaß fällt immer nie irgendwas ein ich weiß nicht warum aber ich verlos das mal diese sachen also ein autogramm von mir klingt jetzt schon sehr fame aber ne ich finde es eigentlich ganz lustig und ja das war es eigentlich und ja diese nacht bringe ich noch rum und dann schaut er mir halt einfach mal ein bisschen bei mir aufs Snapchat vorbei und ich glaube dieses video bekommt kein intro oder doch keine ahnung ich glaube schon also dann tschau aber nicht dieses unfändige tschau